Die Kamera läuft jetzt. Stimmt. Stimmt. So, wo läuft meine Zeit? Da läuft meine Zeit. Nimmst du schon Achtung? Jo. Liebe Gäste, liebe Gäste, eine positive, eine wahre, richtig heiße Nachricht. Der Glühwein ist alle nur kurzzeitig. Natürlich, es wird alles nachgefüllt. Nur kurz. Peter Schiff hat es gesagt, hier lieber nach. Währenddessen, wenn das Feuerwerk in die Höhe geht, gibt es danach natürlich auch noch leckeren, warmen Glühwein. So, natürlich vorne am Eingang staut sich das. Kommt ruhig durch. Bis hin zur Runterfahrt vom Parkdeck ist noch so viel Platz. Rückt alle durch. Vorne jetzt die Glühwein. Habe ich bei Zeiten gemacht. Bei den Kürze geht es los. Danke. So, guten Abend. Vielen Dank. 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 Das war's mit'n Stativ. Das brauch ich nicht mehr. Wir gehen sogar zur Seite. Vielen Dank. Das war zu früh, die vier. Ha. die Nummer fünf. Vielen Dank. In der Zwischenzeit. Vielen Dank. Das war's. Es war sehr geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, meine Finger, die werden schon kalt Das ist so blöd 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 Ich bin ja schon fast so nah dran Obwohl ich schon weit Winkel habe Das ist so blöd 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 Also wie gesagt, merkt euch die Nummer und geht natürlich morgen wieder an den Kästen ran und einmal die Nummer merken, dass wir die morgen vorsichtig erwähnen. Das ist mal vernünftig. Zahlt bestimmt 15, 20 Euro mindestens. Das ist der Finale. Der dritte Feuerwehrgerät. Das gibt's auch alles. Haben Sie da? Haben Sie da? Haben Sie da? Ich habe da. Haben Sie da? Haben Sie da? Haben Sie da? Haben Sie da? Haben Sie da?